Hallo und herzlich willkommen hier bei ChrisWillSpielen. Ich habe ein paar Runden gespielt, habe irgendwie keine neue Kiste bekommen, von daher machen wir schnell zwei Nitro-Kisten auf. Allerdings haben wir keine Schlüssel, dann kaufen wir erst noch Schlüssel, Moment. In Bearbeitung. Autorisieren. Kein Steam-Guter mehr, bald gibt es ja nicht. So, jetzt können wir. Oder? Ich hatte elf Schlüssel. Aha, hatte ich auch noch Schlüssel. Macht nichts. Macht anscheinend nichts. So, das ist zum Glück überhaupt nicht lecky, nein. Genau, danke. Jetzt ist lecky und dann auch noch scheiße raus. Das ist schon etwas provozierend. Aber okay. Das sieht doch beschissen aus, das will doch keiner. Jo. Ich will doch mal so richtig reinlacken. Ich will keine goldenen Felgen oder so, ich will einfach nur ein rotes Auto, das reicht mir. Und ich werden... Ach, leck, f*** ich ab. Das ist doch ein Witz. Spaß für der, wäre Spaß für der, aber ist richtig. Mein Gott. Haben wir noch nicht Kiste, die was... Ja, was haben wir noch? Was sind denn vier drin? Ok, Tänze, das haben wir eigentlich schon. So in der Dreier drin. Haben wir schon, der Zweier. Haben wir schon, der Einser. Haben wir schon. Kiste nach Spielerwahl. Dann machen wir halt die auf. Bei, da kann eigentlich nichts drin sein, was mich interessiert. Felgen auch nicht. Was haben wir hier für Felgen? Die sind auch nicht geil. Hier. Ok, hier haben wir eigentlich einen coolen Boost. Wir könnten auch noch boosten. Was hat man hier für einen Boost drin? Gar kein. Ok. Vierer. Proton. Ok, der ist cool. Aber ein Boost ist die Chance, also den kriegen recht gering. Den Boost brauchen wir nicht. Pixelfire auch nicht. Da ist gar nichts drin, was ich will. Einser, was sagt Einser zum Boost? Trinity. Ok. Dann war es die Dreier, oder? Die hat wenigstens cool einen Boost. Und ja, machen wir die noch auf. So, irgendein Handy hat gebinkt. Was ist das du? Das warst du. So, es leckt wieder. Warum leckst du denn, du Spacken? Ah, Schlangenhaut. Nice. Für den Breakout haben wir ja nicht zehnmal. Nein, Quatsch. Und da sehen wir uns jetzt mal wieder. Image. Ja, schön. Online. Ja. Ich will nur zwei gegen zwei. Da ist mir doch schon mad vor, bevor wir mal irgendwas aufhören. Das ist doch ätzend. So, wir sind mal schon im Match. Freundlicher Gegenspieler. Wo ist er denn, hinten ist er? Ist ja nicht so wenig Boost. Na, nicht so oft kommen. Er geht hin, was hat mir für eine Gerle Karte? Mach das Ding. Dreh dich um. Ok. Ah, ja, eine Boost erwischt, ohne hinzuschauen. Das ist ja King. So, was passiert da jetzt? Ah, fuck. Scheiße. Den hätte man machen sollen, können, dürfen. Ah, fuck. Da haben wir einen Mitspieler, der wirklich drauf hat. Hat eine geile... Ach, da hat die Formel 1. Den hat Formel 1 Flitzer. Flitzer. Eigentlich sollte man die Handys ausschalten, wenn man was aufhören will. Die, die... Oh, really? Oh, fuck. Die Versuchung ist einfach zu groß. Das war das Handy schon. Ja, ja, ja. Das macht es diesmal. Warte ich weit hinten. Da war genau auf den es wird. Ich gucke mal, wenn ich es schlaue. Ja, ja, ja. Oh, hau mich halt nicht weg, du Assi. I don't. Das hatte ich jetzt auch... Jetzt hau auf mich zu stoßen. Da haben wir die sitzen. Was fahre ich denn für eine Scheiße zusammen gerade? Es gibt es doch nicht. Da mache ich schon extra... Werme ich mich diesen extra auf und so die Matches laufen... Sehr gut eigentlich. Den Ball haben wir. Und jetzt sowas. Mach was draus. Mach was draus. Schön. Schön. So. Jetzt kann man sich vom 1-Kadern anschauen. Und ich finde sie zwar jetzt nicht so geil, aber sie ist schon geil. Aber hat irgendwie nur noch eine geile Lackierung. Das heißt, wir müssen das Match gewinnen, damit wir... Äh. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Der ist drüber. Jetzt lauf. Sehr schön. Was würde ich sagen? Wir müssen am Ende... Wir müssen gewinnen, genau damit wir am Ende... Was in dieser... In diesem Showroom, wie man das nennen mag. Uns anschauen können nochmal. Jetzt habe ich auch mein Zeug fertig geschrieben. Was anderes ist auch kein Zweiteam. So, wir holen es sich mal. Jetzt habe ich den Bus weggefahren. Das gibt es ja nicht. Ne, das ist mir zu tricky. Lol. Ich fahre schon zurück. Dieser Block, die ist einfach, wo ich mal mit mehr ist da drüben. Spawn. Danke. Ja, das war fast... Oh, guter Schuss. Jetzt bräuchte ich wieder. Das ist geil. Da werden wir voll... Äh, 710. Wir haben 117. Ist ja fast gleich. Ähm. Gut. Oh. Schade. Ach, scheiße. Ah, ja. Zum Glück spielen wir hier gegen... Keine solchen Profis. Und selbst natürlich auch Bobby's. Äh, dass der Ander quasi erst recht spät hoch will. Und er hat ihn sogar noch runtergedrückt. Nice. Oh. Das sieht awesome aus. Das sieht geil aus. Lächster Marsch. So. Nächstes Match. Nächstes Glück. Wobei ich habe keine Lust zu cutten. Von daher erzähle ich euch eine Geschichte. Im Wald. Da steht ein Rittich. Fettig. So. Das war lustig. Mega lustig. Und da schauen wir auf Sandy zusammen. Naja, da müssen wir... Wow. Nasupi. XD. Die sind die Antworten. Die sind... Wow. Nasupi. XD. Benny Lover. Load the Moven. Nu Nix. Niemals vergessen. Schön. Reagiert er drauf. Tut er. Komm, lupf das Ding rein. Oh, 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 oh. Oh, er wollte ich ihn weghauen. Dann. Dann, 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 dann. So. Ist das nicht... Ähm... auch ganz locker erst mal auch daneben sehen wir daneben wir wollten schicken aber hat nicht geklappt hat nicht klappt aber da will sie mir ja noch mal sehen wir sind dann eben die stegel stieg bald ist eine der rede das ist doch so macht das doch spaß bewusst dass man ihm in der mitte wo der kam jetzt aber auch blöd gegen die laufrichtung von mir was man er macht tricks tricks sehen ich bin tot schön ja mann da mal hin und her gepasst hat war ja wie im bilderbuch bilderbuch ich glaube es ist ja wo er eine rosa explosion auch noch kein glück in den kisten gab wohl wenn wir jetzt vielleicht nach dem match noch so eine sonne so eine schöne hat das spiel verlassen was ist denn los mit den gegnern komplex mir egal ist für die statistik damit du auch liebst great danke hatte verkannt wie sie putt ja so noch jedoch auch raus hat jetzt keinen sinn die frage ist was machen wir jetzt was machen jetzt will man team hat richtig angreifen schau mal 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 jetzt hab ich ja noch so ein assi bei mir drin ist das lustig ist das geld so wir halten uns da raus hat mir gefahren der will spaß haben allerdings ist halt blöd wir machen video normal würde ich mir jetzt auf keinen mentor stellen und daher ja ich wie verhaltet ihr euch bei sowas bei einem 333 wenn wenn zwei liefern gegnerischen stelle ich mich bei denen ins tor dann ist es in a2 was es 2 lektor nicht wenn ich in der luft bin okay das werde jetzt da wären fix gut gewesen auch kommen so geht denn ja nicht raus mann das sind mehr da wird es nur da ja recht wenigstens den ball aber die zeit läuft schon mal von dem moment so so will mit von natur müsste musste ein kleines waren er war knapp youtube eine minute 40 noch was macht man das doch kacke in den jetzt macht erst oder eine flanke ich werde was ist was soll ich denn machen ich würde ich würde lieben wobei ich finde es total geil wenn ich 122 macht den richten richtig abgehen so so schon mal still a kid in my head maybe still jetzt macht er noch ein tor ja logisch jetzt schießt er noch tue das dauert dann immer länger so will keiner mit mir reden was die quatschen ecken quatsch dann wird von kind kein kind ich will fragen wie sie geht nie da reden wir nicht mit eigentlich wollte ich nur halten aber etwas zu spät ok 34 sekunden jetzt das wird mir jetzt langsam wird es blöd sie haben bush war gefahren ist doch ich blöd sowas wieso geht nicht einfach raus so hat so sind wir alle ja nicht so gut drauf schauen wir können die kiste kommen ihr all right jetzt sind sie schon raus will ich quatsch noch um keine kiste bekommt von der wünsche jürgen schönes wochen bis zum nächsten mal chris